Mein Name ist David Theis und ich habe ein anderes Problem mit dem anderen. Ich bin eigentlich aus der Christgeburt, wo ich vielleicht auch was kann. Meine Leute sind immer die Christen, die anderen sind die verlorenen Menschen. Ich weiß nicht, wo die anderen Menschen denken. Heute bin ich mehrmals von Deutschland. Bei der Jesuwe, wo ich auch kam, sind wir mehrmals dort angekommen. Ich habe mal die Hütte von Gauss-Friesen. Da dachte ich immer, wenn ich ein Jahr komme, will ich immer reisen und ein Jahr abnehmen und spazieren. So kommen wir mal vorbei und wir sind bei uns dann ein paar Mal angekommen und wir spazieren. Wir sind auch hier, wie ich mit dem Herrn habe, in der Schweiz. Da haben wir auch die Prediger und Früchte. Ich weiß nicht, ob wir alle mal von der Bekirung haben, weil wir eine Predigt haben. Wir haben nur die zweiten und ersten Früchte. Ich weiß nicht, ob wir früher immer einmal, darf ich die Frau werden. Ich will die nicht trübeln, aber ich habe eine Frau bestätigt. So eine Frau hat niemals gedacht. Mir wurde eine Frau. Ich habe nur noch einen Sonntag. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr im groben Sinn erlebt habe. Ich habe eine oder zwei Mal ein bisschen mir angedieselt mit Storch. Aber ich habe auch kein Mal trinkt. Ich habe auch ein bisschen geschmückt. Ich habe auch ein bisschen geschmückt. Ich habe auch ein bisschen geschmückt. Aber ich habe auch kein Mal dort gemacht. Ich dachte, wir sind alle okay. Na ja, den Gedanken, den werde ich nicht los. Da hat mich bloß eine Frau gefragt, ob ich mit spiele. Dann habe ich angefangen, mich zu prüfen, wo ich sie habe. Ich habe gelesen und gebeten. Na ja, ich möchte das überhören. Ich möchte nicht ein verlorener Mensch sein. So hat er uns dann wieder begleitet. Wir kommen bei den Tagen, wo ich das verstehen konnte. Dass ich die Vergiebung kriege. Dass ich wirklich konnte, dass ich das im Gläufe führte. Ich kriege Frieden. Aber ich habe dann noch ein Problem gehabt. Ich habe dann noch ein Problem gehabt. Ich würde es wieder ganz möglich machen. Aber ich würde dann noch ein bisschen zurückkommen. Dann kommt jemand, wo sie dort... ...eins wird... ...ähm... 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 ...ähm...